Aber was ist denn mit dem Dress? Kommt's schon wieder los da? Beruhig dich, mein Lieber. Ich wollte da hin. Aber der hat heute schon wieder seinen Dienst quittiert, aber nachher, oder? Auch ein Gerät ist nur so gut wie der, der es bedient. Der ist so gestohlen, weil zu mir, wenn ich mit dem Auto fahre. Aber ich muss schon sagen, in der Zwischenzeit sind der Staubsauger und du echt gut die Freien geworden, gell? Das gibt... Brauch, Mädels. Wir sind verdammt spartruhen. Also los jetzt. Ja, was warten wir nachher noch? Äh, wir können den Gtecht alleine lassen. Oder soll ich ab und zu meinen Mutter vorbeischicken, dass ich noch die kleinen Jungs schaue? Mein geliebtes Weib, versammle deine Hexen, schnappt euch einen Besen und fliegt von dannen. Möchtest du jemanden, dass wir so tanzen in den Filmen, oder wie? Dass die Mädels in den Film geschenkt haben. Der sollte ins Wach rütteln. Und meinerseits bin ich bereits wach. Oh, wo er ist, drei scheint es noch brav zu schlummern. Und den Tanz, den die da in den Film in den Film gekommen, den finde ich gar nicht so schlecht. War bestimmt der Knaller. Ja, Knaller, du, du hast schon einen Knall. Die junge Buschler, okay. Aber wir möchten schon uns alten, entanzenden Sex sagen. Nicht wahnsinnig machen, mit euren Männern ist alles in Ordnung. Da war ich mir eben nicht ganz so sicher. Stell dir vor, dein Papa interessiert sich in letzter Zeit für Diäten. Und neuerdings geht er sogar noch jobben. Und danach muss jemand in den Sauerstoffzelt bereitstehen. Und in letzter Zeit habe ich schon ein paar Mal gesehen, wie er vor einem Spiegel gedankst hat. Naja, sowas ähnliches halt. Auf unser Quartett! Prost! Prost! Der Quartett, das klingt schon ein bisschen billig. Der kennt einen gescheiter Namen her. Ja. Ihr Josef und die drei Alten arbeitslosen. Ja, getestet werdet ihr natürlich is. Chili und seine scharfen Peperoni. Wo und wenn am 26. um 21 Uhr in der Kellerbar von der Mausefalle. Der Kellerbar passt. Die dürfen können wir nimmer sinken. Da! Da ist die Sint! Wer? Die Sint, oder was soll die Sint sein? Du hast wohl wirklich noch nie einen Mann zu so gesehen, na? Na gut bewahren! Na! Na wirst du aus der Augen machen, wenn wir unsere Mascherade volllassen. Gell, Mann, ne? Und so rein! Hey! Schau jetzt mal auf, Lümpchen. Hallo, Lady Imbleck. Bist du das erste Mal hier? Noch unerfahren, was? Du! Du! Verstehe ich dich überhaupt? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Oh! 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 Erstes Mal hier! Nicht so ein Lassverfekt! Oh! Oh! Du ruhig dich jetzt gleich! Mach's so wie mir! Trink zuerst einmal etwas! Wer Great! Du bist. Moyesbury! Du bist!